Oh mein Gott, Leute, das ist eine Einmeldung. Es ist gerade jetzt der 19. Also es ist gerade Mittwoch um gerade 13 Uhr und ich habe einer der krankesten neuen X-Biggages gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein richtiger X-Biggage ist, aber es ist einfach nur komplett verrückt. Ich zeige euch jetzt einfach mal warum. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal hier hingehen, Freunde, es sind wirklich nur zwei Schritte. Der Mapcode ist übrigens ganz oben in der Videobeschreibung. Achtet darauf, die richtige Version zu nehmen. Dann macht ihr hier unter dieser Treppe gegenüber vom Creator Code hier ein Emote. Das war's auch schon. Dann geht ihr hier rüber und dann ist hier in einer der vier Ecken ein XB-Button-Knopf. Da müsst ihr euch einmal hingucken, wo der ist bei euch, Freunde. Also schaut einfach mal, wo der ist. Wenn der Emote nicht funktioniert hat, geht auf die andere Seite und macht nochmal ein Emote. Manchmal müsst ihr ein bis zwei Emotes machen, Freunde. Das ist aber kein Problem. Macht das einfach. Geht relativ schnell. Ihr wisst das ja. Und dann wird hier irgendwo gleich ein Emote bzw. ein Button sein. So, hier ist er auch schon. Da steht XB einfach drauf. Den aktivieren wir jetzt, Freunde. Und während er aktiviert, öffnet ihr euer Menü und achtet einfach mal hier drauf auf diesen XB-Boost, was hier steht. Beziehungsweise hier seht ihr, wie viel Level euch noch fehlen. Bei mir kriege ich gerade zwar nicht allzu viel XB, aber es werden immer mehr. Und das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Jetzt sind wir schon mal 50 die Sekunde und ich habe fast keinen extremen XB-Boost mehr, Freunde. Also hier seht ihr, wie schnell das Ganze funktioniert, Freunde. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr XB-Boost habt, und das werden die meisten von euch haben, weil ich habe heute komplett durchgesuchtet, dann wird das richtig schnell bei euch gehen. Also ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Der Code ist unten in der Beschreibung. Da ist gerne jetzt noch ein Like und ein Abo da, Freunde. Heute mal ein etwas kürzeres Video, da ich euch mal diese Art zeigen wollte, weil diese Art von XB-Boost kenne ich, beziehungsweise noch gar nicht. Und ich denke, die meisten von euch auch nicht. Wie gesagt, Code unten in der Beschreibung. Lasst gerne ab und ein Like da, Freunde. Vielleicht schaffen wir auf diesem Video die 500 Likes. Wenn ihr Ehre, man ist, lasst mal ein Like und ein Abo da. Und falls ihr keiner solcher schnellen Videos einfach verpassen wollt, wo es direkt zur Sache geht, nicht 8 Minuten rumgelabert wird, bis man dann zum Thema kommt, dann lasst einfach jetzt ein Abo da und aktiviert die Glocke und kriegt ihr immer direkt mit. Und ihr seht schon, wie schnell das jetzt schon geht, Freunde. Jetzt kriege ich schon über 200 jede Sekunde, ja. Und das wird immer mehr. Aber deswegen ist es einfach nur einer der krankesten Tricks und ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Haut da rein, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.